Oh, Schüsse. Was ist jetzt? So, ich habe gar kein Schuss gehört. Was, du bist tot? Ja. Na los. Welcher Flügel ist denn das, wo wir rein müssen? West Wing. Okay. Hoffe ich. Ich habe jetzt gerade links nicht offen. Scheiße, ich habe dauerrüber zu viele Schlüsselformen gefunden. Vom West Wing und habe die aber nicht mit. Ich gehe da auch mal lieber hinten durch das Loch in der Wand. Wie ist das nicht? Ja, eigentlich auch. Durch das Treppenhaus. Wollen wir da erstmal rüber gehen und dann von hinten rein? Ja, würde ich auch vorschlagen. Das ist ein bisschen ruhiger. Ich glaube, er ist tot. Von hier vorne gaben auch Schüsse, oder? Ich glaube, er ist tot. Von hier vorne gaben auch Schüsse, oder? Oh nein. Was ist denn los? Ich wollte das Licht anmachen. Ich bin wahrscheinlich auf R. Ich komme statt auf T. Achso. So, müssen wir in die zweite Etage? Dritter. Dritter. Ja. Oder ist... Irgendwo ist links jemand? Ja. Ja. Die kommen von rechts und von links. Von rechts kann eigentlich keiner kommen, oder? Wer stopft da unten auf Holz? Das war ich. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr höher? Okay. Ich bin dritte Etage. Ja. Okay. Ja. Nee, dann hängen wir nämlich da vorne an der anderen großen Blockade. Achso. Höchstens, wir haben Schlüssel für 317, aber sowas habe ich glaube ich nicht. Ja. Nee, ich habe großgeguckt, dass keiner hier drin ist. Los, drüberspringen. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber blockieren immer. Ja. Bin tot, bin tot. Oben ist einer. Okay. Das ist was du für mich. Ich werde den Schinten zweifeln. Matze rede mit mir. Ich bin oben. Ich renne schnell in den Scheiß Raum. Bist du gerade am Loch vorbei? Ja. Hast du mich gesehen von unten? Okay, er hat mich. Ja, der ist unten, unter dir. Ich habe sie. Ich habe sie. Schlauer Fuchs. Ich glaube, das ist Landmark. Ich habe eine verbrezelt. Alex. Mann. Oh nein. 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 Wir müssen East Wing. Ach so? Wir müssen East Wing. Ich gucke gerade. Das Blaue ist East Wing. Ah, hier liegt das Ding. So, ich habe es. Wollen wir über die Brücke hinten rum oder wieder über den Schrottplatz? Nö. Also hier über die Brücke gleich drüber, oder? Okay. Das Blaue ist irgendwie nicht da. So. Oh. Scheinbar schön. Irgendeiner schießt. Ich sehe nichts. Ich bin hier hinten an der Holzhütte. Ich strafe. Ich bin runtergefallen. Ich bin hier am Felsen. Renst du Matze? Ja, ich bin praktisch wieder anders am Schrottplatz, wo wir vorhin waren. Da wollen wir nicht einfach Matze hinterher. Ist doch blöd, wenn wir jetzt hier rum. Ich habe halt Angst, wenn ich jetzt hier rumrenne, das stand ab. Ja. Ah. Ah. Von links, Beutel. Oh. Schuld. Also von hinten. Ja, von oben, vom Berg. Von da, wo wir gekommen sind, ne? Ja. Hörer Iwan TTV. Guckt mal rein. Wenn ich wüsste, wo du gelegen hast, FENGY. Einfach weiter rechts. Also ich höre Schritte. Parallel. Hörer Iwan, ich guck mal rein. Unten an der Brücke oder was? Unten. Alter, wie sieht der aus? Ja, der looted mich gerade. Wo bist denn du, Benji? Na, ich liege unter dem Strommast. Sozusagen. Der looted mich gerade. Der liegt da. Ah. Da kommt noch einer. Du hast gerade mal geschossen, oder? Ich habe eine Granate geschmissen. Beule knallt mich nicht ab. Ich bin mit da drüben. Der schießt Granaten auf mich. Der ist jetzt an dem Strompfeiler. Ich renne hier unten rum. Da kommt noch einer. 4 Granaten hat er geworfen. Ui. Da kommt noch einer. Matze, bist du gerade wieder weggerannt? Ja. Wir müssen uns jetzt mal verständigen. Wo hockst du noch da vorne? Ich bin an dem Felsen, wo dieser Pavilion steht. Dieser Holzpavillon. Genau in der Ecke bin ich drin. Okay. Bist du da? Ich bin dann hinter dir. Hinter mir? Ich bin hinter dir. Oder mehr so Richtung Schrottplatz. Ich komme jetzt zu dir. Ich seh dich. Bleib dort, wo du bist. Die Typen wissen, wo wir sind. Das ist nicht nur einer. Hm. Gibt's gemerkt? Der Typ ist auch alleine. Nein. Der ist im Bunker drinnen. Der ist im Bunker drinnen. Das hat auch noch einer auf uns geschossen. Irgendwie. Der Bunker. Woher weißt du das? Da weißt du ihn zu, gucke. Ach so. Boah. Hab ich doch kein Zei erzählt. Das hat auch noch einer auf uns geschossen. Der liegt genau vom Bunker. Der liegt genau vom Bunker. Ich komme. Ich komme zu dir beide. Jetzt. Also das ist ja ein bisschen Zeitverzögerter. Auf jeden Fall glaube ich. Am Panzer muss der hier. Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg. Es schießt auf uns. Von da oben? Oh, jetzt reicht es mir. Machst du bis jetzt hochgerannt? Nee, ich renne jetzt rüber hier. Wo rüber? Zu dem Strommast. Der war jetzt an der Drohne und rennt so den Fischenausgang. Also den müsst ihr euch angucken. Er sitzt im russischen Irrterhemd da. Ich habe ihn umgeniedert. Schießt aber immer noch was auf dich. Ich komme immer noch vom Bunker drüben. So, warte mal beide. Ich bin immer noch am Pelsen unten bei dem Pavillon. Okay. Ich muss erst mal kurz nachladen und mich zusammenflicken. Oh, ey. Was ist denn das? Wie das denn? Mich hat er noch umgeniedert. Oh, nee. Oh, alter. Leck mich doch. Ich habe es gehört. Du hast auch gemacht, ne? Ja. Wieso hat er mich gesehen eigentlich? Oh, nee. Oh, nee. Ich bin froh, wo die Netze sind, ne? Oh, scheiß Schlamm. Ja, ich bin busy. Na ja, ich bin busy. Na ja, ich bin schlamm voll. Moin. Ja, es ist wie in Vietnam. Damals. Ja, weißt du noch. Okay, habe ich. Was? Hat es geklingelt? Ja. Jetzt muss man das machen. Jetzt noch die Kirche, ne? Ja. Na, hinter der Kopf. Ich will bloß nochmal schnell hier reingucken. Teutel. Da wo der Schuss herkommt. Ah, dort hinten ist einer. Matze, wo bist denn du? Ich bin jetzt rausgerannt aus dem Haus. Ich komme zu euch, zur Kirche. Dener hinterher zu dir? Oder bist du das? Da rennt einer. Warte mal. Ja. Wo? Zu dir. Richtung dir zu, glaube ich. Von wo? Von der Kirche? Oder was? Nee, eher von rechts oben. So am Kartenrand, sozusagen. Ich sehe nicht. Lootest du gerade? Nee. Der lootet gerade irgendwas Beutel. Oder? Ich habe es hier verloren, ne? Ich auch. Der hat uns gesehen. Warte, ich bleib mal hier drüben. Vielleicht kommt er ja hier rüber. Ich habe euch gesehen an der Kirche. Ich gehe wieder an das Gebäude zurück, wo ich gerade war. Sehen nicht? Der hat uns gesehen. Der hatte, glaube ich, keinen Helm auf. Er hat gelootet. Er hat gelootet. Ich höre. Ich höre. Oder seid ihr das? Der Beutel. Da läuft er mit blauer Uniform. Ja, ja. Er kommt zu mir. Der zielt auf uns, Beutel. Jetzt rennt er weiter. Schieß dich. Ja, Matze hat ihn. Matze hat ihn. Matze hat ihn. Sehr gut, Matze. Wir hatten kein klare Schussfeld. Danke. Ja. Na ja, ich lasse ihn mal sein Zeug da. Dafür das Teamspiel wird doch gut, muss ich sagen. Was brauchtest du? Luckys? Ja. Bring ich dir mit. Sauber. Hast du geklingelt? Warte, das ist gar nicht kalt. Jetzt. Ja. Jetzt muss ich nur noch raus. So überlegen. Okay, wir müssen mal raus. Customs. Rock Passage können wir mal gucken. Ja, da gehen wir hinten rum, ne? Mhm. Genau. Guter Plan. Versteht noch einer? Das Geschichte? Okay. Echt? Ja, gut. Okay. Mit der Knarre komme ich gar nicht klar. So, wir müssen schnell weg, weil die Leute die Schüsse gehört haben. Jo. Das lockt immer Arsgeier an. Oh, der hat die neue Weste an. Oh, was hat der gehabt? 188. Das ist viel. Echt? Alter. Für uns Geffs ist das viel. Ja. Na ja, komm, wir müssen hier raus. Scheiß drauf. Mhm. Oh, Schüsse. Was jetzt? So, ich habe gar keinen Schuss gehört. Was? Du bist tot? Ja. Ich habe keinen Schuss gehört. Ich bin gestorben. Matze, wo bist denn du? Ich bin noch um die Büsche hinten. Bleib hinten, bleib hinten. Der muss irgendwo rechts vor dir sein. Also, ich liege jetzt hier an irgendwelchen Blechen und Benji hat es quasi von rechts erwischt. Ich muss mal gucken. Das sieht aus wie so ein... Scheiße. Hier komme ich jetzt niemals weg. Aber der hat mich noch nicht erschossen. Das heißt, er sieht mich hinter diesen Blechen nicht. Ist der von rechts? Von rechts, ja. Ey, das war aber... Aber von wo? Das war sehr komisch. Ich habe keinen Schuss gehört und bin einfach umgefallen. Ich habe noch irgendwas gehört. Und auf einmal bist du umgefallen. Aber du bist viel später umgefallen. Kann da Wichser sitzen? Der sieht mich jedenfalls nicht, Matze. Ich bin hier genau neben... Ich liege quasi neben Benji. Aber zwischen uns ist hier so ein Dach... Dachblechhaufen. Ja, genau. Da hab ich schon beigefunden. Das heißt, der sieht mich nicht. Das heißt, der kann nur rechts von uns sein. Aber wie weit weg von rechts? Wie weit weg rechts? Das ist die Sache. Aber der Schuss war komisch. Also es ging zu. Und auf einmal, zwei Sekunden später, ist Benji umgefallen. 762 Munition. M61. Der ist halt so ein Scheiß-Dapper jetzt so. Deswegen kommt er immer nicht. Das ist ein Müller. Tja, er will auch Benji nicht looten. Naja, er hat mich wahrscheinlich gesehen, wie ich mich direkt hier hintergelegt habe. Ja, ich bin Level 41, das schonmal. Das ist endlich verkehrt. Jetzt ist die Frage, Matze. Was machen wir denn? Ich bin vorne am Bunker. Was heißt das? Ich bin gleich am Exit. Aber es scheint auch zu zu sein. Kein Glück heute. Ja. Ist nicht offen. Das heißt, wir haben noch Road to Customs. Ja, bloß wie kommst du jetzt dorthin? Ich wüsste wo ich bin, Alter. Du müsstest links rüber rennen. Zu dieser Felsformation. Alter, war das dein Stuhl gerade? Ja. Und ein bisschen zick-zack. Ich weiß nämlich auch nicht, wo er sitzt. Ich bin ein bisschen rumgerannt, hab geguckt. Aber ich... Okay, ich riskier's jetzt. Beide recheln schon wieder. Aber die Bildschirm ist immer noch schwarz. Na jetzt. Das war irgendwie komisch bei mir auch. Danke schön.